Leute, wir stehen jetzt wieder vor dem Arenaleiter und ich weiß gar nicht wie hier das ist, vor dem dritten Arenaleiter, ich habe meine Punktmonen mal wieder am wilden Gras trainiert, damit ich die Chance überhaupt habe und hoffe jetzt, dass es besser klappt. Der will mich doch verarschen, oder? Mein Gott, ich verkacke schon wieder. Der will mir durch erzählen, dass ich immer noch keine Chance habe, ey. Nein! So, jetzt, jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir! So, jetzt geht's mir. So, jetzt geht's mir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, das gibt es doch nicht Alter Schwede Ich habe sowas von keinen Bock gemacht, diese scheiß Arena Oh, down Oh, down Okay, so Leute Wir können uns jetzt schaffen Okay, wir sind geliefert Okay, wir sind geliefert Okay, wir sind geliefert Okay Das gibt es doch nicht Okay, wir sind geliefert Okay, wir sind geliefert Okay, wer ist noch? Keine Chance Alter Hab ich keinen Bock mehr So eine Ficke, ey Okay Okay, wir sind geliefert Oh, das ist doch Prozent Prozent weil sie unbedingt wird gerade die Schwestern die es überhaupt mal gab wir werden sofort des Falschen belehrt. Das ist unmenschlich. Der ist Level 28, Minus 32. Natürlich so eine Voll. Was denn sonst? Was denn sonst? Geht daneben ey. Ah! Da gibt es einfach so wenig. Ah, ja, komm, jetzt, letzte Pokémon. Oh, es fickt mich. Es fickt mich gnadenlos. Kann ich einmal ne Scheiß-Attacke von denen daneben gehen? Warum denn so oft bei mir? Warum hab ich jetzt Darab hier rausgepackt? Naja, egal. Ja, natürlich geht daneben. Der ist schon zu zweitmal hintereinander gegriffen. Geht daneben. Ich sterb doch einfach. Ich bin wieder tot. Es hat keinen Sinn. Es hat einfach keinen Sinn. Ich beende diese Scheiß-Folge jetzt. Ich trainiere diese Scheiß-Pokémon hoch, damit ich diesen Scheiß-Arena-Leiter in seine Scheiß-Eier treten kann. Ich trainiere die Scheiß-Eier. Ich trainiere diese Scheiß-Eier noch. Ich trainiere diese Scheiß-Eier noch nicht mehr an. Ich trainiere diese Scheiß-Eier etwas weiter.